Lerch und Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem IMO-Tipp. Grüezi miteinander, wir sind heute in Oster, wo die Überbauung Schweizerberg entsteht. Ja, kleiner Berg, aber grosse Klasse. Und neben mir steht Christina Päther von der CSL Immobilien AG. Frau Päther, was können Sie mir denn über dieses Projekt erzählen? Es ist ein sehr exklusives und schönes Projekt. Das liegt uns sehr am Herzen. Wir haben lange an der Grundrisse und der Überbauung gearbeitet, um den künftigen Eigentümern das perfekte Zuhause zu bieten. Jetzt stehen wir hier noch im Grünen. Was entsteht denn hier eigentlich genau? Es entstehen 14 Terrassenwohnungen, verteilt auf vier Häusern. Und ganz speziell, es ist so, dass jede Wohnung ihr eigenes Geschoss hat. Somit ist sehr viel Privatsphäre für jeden Eigentümer gewährt. Jetzt stehen wir hier am schönsten Hang von Oster. Was macht uns das Wohnen hier so speziell? Einerseits das wunderschöne Quartier, wo wir hier sind. Dann natürlich die Weitsicht bis in die Berge und über den Greifensee. Und dann die riesengrossen Terrassen, die viel, viel Sonne bieten. Bezüglich Inneninrichtung, wie frei ist man da noch? Man kann den Grundrisse noch mitbestimmen. Zudem kann man die Materialien selber rausnehmen. Wann wird eigentlich gebaut? Respektive wann kann man hier am Hang einziehen? Es ist ja so, dass wir geplant haben, im Sommer 2016 anzufangen zu bauen. Und dann können die Eigentümer Ende 2017 einziehen. Und wo kommen weitere Informationen rüber? Die kommt man bei mir, sprich bei der CSL Immobilien AG rüber. Ich stelle Ihnen gerne die Projekte persönlich in einem Gespräch vor. Oster ist die drittgrösste Stadt im Kanton Zürich und überzeugt mit einem urbanen Flair, aber doch auch mit viel Natur wie der Greifensee, die gerade in der Nähe ist. Durch den Terrassenbau verfügt jedes Wohnobjekt über einen grossen Balkon mit Blick Richtung See. Das Wohnzimmer und die Küche verschmelzen zu einer ausdehenden Wohnlandschaft und die Architektur und die Materialien zeugen von Klasse. Der Schweizer Berg, ein exklusives Wohnprojekt an bester Lage. Und tatsächlich, hier zu wohnen heisst fast über der Stadt zu wohnen. Reservieren Sie sich bereits jetzt in Ihr Traumdominil und vereinbaren Sie unverbindlich einen Termin bei der CSL Immobilien AG. Zusätzliche Informationen zum Wohnprojekt finden Sie im Internet unter www.schweizerberg.ch. Der Berg ruft, lassen Sie sich verzaubern. Weitere spannende Wohnprojekte sind auf www.lärchpartner.ch-angebote ersichtlich. Jetzt mit 20 aktuellen Projekten im Grossraum Zürich.